Akwaaba, Herzlich Willkommen! Ich heiße Ekua. In diesem Video geht es um typische Ghana Gerichte. Viel Spaß! Ghana ennuyane ahuro Typische Ghana Gerichte Fufuone enkwain Fester Brei mit kräftiger Fleischsuppe Benggung Thai-Kloß aus Maismehl und Maniokmehl Eduya ni Brodié Koko Bohneneintopf mit gebratenen reifen Kokbananen Dokuno ni Enchina Maiskloß mit Fisch und Beilage Jolof ni Akokona Reisgericht mit Hähnchenfleisch und Chito, scharfe Soße Waache ni Enkushia Reis- und Bohnengericht mit gekockten Eier und Salat Kiliwuli Gebratenen reifen Kokbananen Bohnengericht mit Erdnuss Danke fürs Zuschauen! Wenn dir dieses Video gefällt Bitte gib uns ein Like und abonniere unseren Kanal für mehr Videos! Vielen Dank! Medawasi Kiliwuli 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 Kiliwuli